Das Ladeverzeichnis, das ihr gefunden habt. Wir haben alle Pakete verfolgt und sie waren okay. Bis auf das für die Manhattan Trust Bank. Wir haben nachgehakt und ratet mal, wem die gehört. David Graves. Er ist Milliardär. Ihm gehört der Fernsehsender und ein Haufen anderes Scheiß. Okay, Jackie ist ganz allein unterwegs zur Uferpromenade. Wir müssen ihm helfen. Er hat keine Ahnung vom Speer des Schicksals und dem Scheiß. Schalten wir ihn aus, bevor er Jackie erreicht. Dorfow wartet unten bei der Bank. Holen wir uns den Speer des Schicksals. Okay. So gefällt mir das. Ungefähr bei dem Teil der Story bin ich gerade mit der Scheiß-Uferpromenade. Ja. Ja, eine Mission können wir noch machen, um die Schlussfolgerung. Graves hat halbloher Manhattan abgeriegelt. Ich glaube nicht, dass er erwartet hat, dass sie aus der U-Bahn unter seiner Hand kommen, aber durch die Bruderschaft Typen, die du eben ausgelöscht hast, weiß er wohl Bescheid. Wenn du also oben ankommst, rechne damit, dass die vier verdammten Reiter auf dich niederprasseln. Sooo. Das Ende von dir. Der Oma. Oh. Der hat wieder so hell hier. Ja. So, dann muss man hier. Ich geh links lang, du kannst rechts lang gehen. Ach, wir treffen den hier irgendwo, okay? Oh, diese ganzen Lichter, ey. Ratsche Lichter. Ja, die wir gerade ausgeschossen haben. Ah, da ist noch... Hallo. Okay, Dolpho. Dolphos miserabler Schützer. Mein Gott, wo ist das denn? Wie viel süß ist es auch? Nehm die linke Seite. Nehm die linke Seite. Boah, wo ist die Lampe? Boah, wo ist das denn? Irgendwo da oben. Bam! Bam! Was ist denn los? das ist oh man Da sind aber jede Menge Arschlöcher. Ach, das ist ja Munition! Das Problem habe ich nicht abonniere. Ui, da... Blut für Blut! Blut und Blut, Zahn und Zahn. So... Was müssen wir ändern? Ja. Hier. Ah, hier. Jagen wir was in die Luft. Jagen wir was in die Luft. Ah, Moment. Ähm, hallo? Ja. Tja, der Planator scheint kurz AFK zu sein. Da bin ich schon wieder. Mir ist alles runtergefallen. Der Kopfhörer, Mikro. Ja, ich bin gerade wieder gerufen. Ist aber alles okay. Gut. Na ja, machen wir erstmal den Dienst. Dann machen wir nochmal einen Cut und dann... Ist alles tutti frutti. Aber sicher. Ja. Das ist halt, wenn man tagsüber aufnimmt. Da... Man öfters mal so stört. Ja, nachts ist besser. Aber ich hab nur dann Frühschicht ständig, dass das blöde. Ja, leider. Wo ist es lang? Ich weiß es nicht. Boah, Licht! Ach, da hinten müssen wir hin. Hier. Oh. Wow. Ah, da hinten. BAM! Da ist mal jemand. Nein, er kriegt keine Deckung. Mann, wieso so groß? Entfügt mir mal. Ach, auf zu meckern. Alter, neckert's hier da, ey. Alter, neckert's hier da, ey. Hinter dir. Ja. Drei. Fein. Naja, ich bin doch verblüht hier. Ja, verblüht du mal. Macht mir ja schon. F**k. F**k. Das ist mal, wenn so viele auf einmal eingreifen, ey. Da weißt du nicht, was machen sollt's. Steh wieder auf. Das sagt sich so leicht. Ja, wenn so viele auf einmal kommen, ey. Das ist schwierig. Ähm. Müssten wir mal zusammen bleiben. Ja, irgendwie ein bisschen taktisch mäßig arbeiten. Pfff. Beziehungsweise in unserer... Boah, bleiben hier, ne. Für diese Unis bekommen. Weil du siehst ja oben immer diese Kreise, weißt du? Ja, am besten immer zusammenbleiben. Wenn ich jetzt weggehe, dann sind die nämlich weg. Am besten wir bleiben einfach hier, wo der ist und lassen die Feinde kommen. Ich bin am besten. Ich bin am besten. Gut. Sack gut. Ich mach mal das Herz von dem hier. hinter dir wofür ist die zeit eigentlich welche zeit die zeit die wir noch genügend ich glaube von wegen cool down phase was würde ich keine munition aber munition ich bräuchte ein bisschen mehr der nächste gehört hier, aber ich hab nicht mehr Alter, ist der Haarnecke hier oh fuck oh Oh Scheiße, das hat man bestimmt bis Jersey gehört. Okay, dann gehen wir mal rein da. Oh, mir ist hinten abgeschlossen, okay. Gut, dann können wir jetzt ja nochmal einen Cut machen.